Ein Superkostüm muss Kreativität ausstrahlen, höchste Qualität haben und... Sollte praktisch sein. Euer Kostüm muss bis zum Ende des Schuljahres fertig sein. Warum so Debrie, Wandi? Jeder muss sein eigenes Kostüm entwerfen. Das ist hier Tradition. Kostüme zu entwerfen ist einfach nicht mein Ding. Ich glaub's nicht. Es gibt echt was, was du nicht kannst. Keine Sorge, ich hab ne super Idee für dich. Warum ein neues machen, wenn du doch schon ein super cooles Kostüm hast? Harley, das kann ich nicht anziehen. Ich brauche was, das mein neues Superhelden-Highschool-Echt zeigt. Also Mädels, seid nett. Sie ist echt erbärmlich in... Oh, hi Wandi. Modern. Sportlich. Traditionell. Hilfe, Nat. Wir sind schon da. Lass uns mal machen, Kleines. Ich hol Nadel und Faden. Und ich ne Schere. Ich kümmere mich um die Snacks. Nichts. code. Untertitelung des ZDF, 2020